Dörrermäßig ausruhen. Es gibt andere wichtigere, interessantere Stellen momentan, weil es ist alles wichtig, aber wo ich immer wieder sage, zuerst einmal die Adam-Geschichte, wo ich mehrere Male, dass der Hebel ist eigentlich das rote Ich und der Kain, der Affenmensch, erschlägt sein eigenes rotes Ich und dann wird er unstillt und flüchtig. Das habe ich ja drin stehen. Dann ist er unstillt und flüchtig ist ja dann dieses, schreibt sich 70 4, W, 70, 4, 70, spinne ich jetzt da. 70, nein, unstillt und flüchtig. 50, 70, 50, 4, so rum. Das ist unstillt und flüchtig, wobei da nochmal ein kleiner Unterschied ist, weil das eine rein beweglich heißt und das andere ist hin und her bewegen und das andere ist hin und her bewegen. Wenn man jetzt gar fantasiert, hast du auch Damm und Wall. Was hat das mit hin und her bewegen zu tun? Es ist ganz einfach, wenn ich Wasser aufstaue und dann Staudamm, dann fängt das Wasser sich, je nachdem, wenn ich staue, in hier und jetzt eine Transfersale zu bilden. Das ist was anderes wie die logionale Beweglichkeit. Auf jeden Fall, dieser Kain, das ist diese Vergessenheit und der Hebel, ist ja das Nichts, könnte ich jetzt sagen. BL ist ja nichts. Reden wir rot im Licht. Ganz einfach im Licht. Die Quintessenz, rot geschriebenes He, ist im Licht. Das ist das Zentrum von allen zu sein. Du kannst den Kleinen machen, selbst bei zwei Buchstaben, wenn du hast. Was dann natürlich auch immer wieder ist, B am Anfang, das ist jetzt eine Regel, das sind keine Grammatikbücher, aber wir wollen ja vervollkommen nennen, B am Anfang ist im, B am Ende ist außen. Du hast festgestellt, es funktioniert bei allen Worten. Machen wir zum Beispiel bloß einmal den ab. Wenn man ganz rot ist, ist es der Vater. Eins, zwei, zwei hast du schon das Aufblühen. Der Schöpfer und das Außen. Oder lebt das Herz, das Licht außen. HRS ist nämlich die Welt, die du dir ausdenkst, das ist das blaue Licht. Lebt. Und das ist in allem. Oder wir machen einmal Kolle. Mund haben wir doch gehabt. Kolle ist alles, ist außen. Weil innen ist nichts, weil ja kein Platz ist, das was ist, das ist ja nur Einheit. Und du wirst merken, das funktioniert dann wirklich in dieser Spiegelung. Und da muss man fantasieren, das N am Ende, sage ich immer existierend. Mein Beispiel I ist nichts, I in ist nicht existierend. Wobei das N am Ende rein grammatikalisch heißt weiblich-femininier. Das heißt eigentlich ihr nichts in Bezug auf die Frauen. Das ist nicht existierend. Und wenn da M am Ende, einzeln ein M stehen, heißt das auch ihr, aber männlich. Mehrzahl. Und das sind immer so, das sind Regeln, die muss man nicht. Ich habe das extrem vereinfacht und immer daran denken, ein Symbol, umso, ein Wort ist ein Symbol. Eine Kiste. Einzler Buchstabe ist natürlich auch ein Symbol, aber noch viel, viel komplexer. Das heißt, umso weniger du eine Anzahl von Wörtern hast, umso komplexer ist das, was du dir reindenken kannst. Und das ist immer, die erste Ebene ist ohne Hebräisch diese 54 Zeichen und ich nenne die 27 Schöpferkräfte und dazu die Entsprechung nennen 27 Phänomene. Die korrespondieren, die musst du spiegeln. Ich will nochmal sagen, das Talit, das sind eigentliche Sachen, was stelle ich mir unter einem roten D vor. Und ich sage, mach einfach hier so. Und nach außen ist das Blaue. Das Rote hier ist die Quintessenz, 1, 2, 3, 4, 5. Und das Blaue sind die ganzen Wahrnehmungen drumherum, weil das sehe ich ja, das hat automatisch zu viel halt. Dann wie mache ich ein rotes DAF, was ich jetzt einfach mal als Erscheinung nehme. Ganz einfach, das alte DAF ist ein X. Und dann hast du das DAF, wie oft wechselt in der Dora, He und DAF am Ende. Weil eben die Quintessenz ist in dem X das ganz alte DAF. Oh, und das war das, was ich dich gefragt habe, dass du das He und das DAF hattest du in dem einen Wort ausgetaucht. Warum machst du das eigentlich? Ich sehe zwar, dass das was miteinander zu tun hat, aber ja. Es ist selbst ein Fehler, es ist nur, es gibt überhaupt nichts, was keinen Grund hat, sonst wäre es nicht da. Du kannst nur dich beobachten, wie du interpretierst. Und der einfachste Weg ist, ein Sinn hat, sonst wäre es nicht, weil es was auftaucht hat, ein Sinn. Ich muss es nicht interpretieren können, es reicht mir nicht, was der alte Gangster da oben hat sich was gedacht. Ja. Das ist immer die Demut, das einfach stvordeln, ein Liedergeschehen. Das ist immer wieder so, die Standardformen, das Regvem, das Rawe, das Jawe, eine Meditation ohne Ende. Das ist, wenn du jetzt wieder, wo ich einige gehabt habe, war die Inge, die es zigmal gelesen, die jetzt wieder liest, die sagt, die Andrea, die sagt, das ist so, ich habe das damals schon gelesen, bis es rausgekommen ist und jetzt wieder mit dem neuen Stand wieder gelesen. Die sagen, das ist der Wahnsinn, das ist alles in ganz einfachen deutschen Worten ohne groß aufzufächern drin. Wenn ich nur noch das will, was Gott will, wenn ich genauso denke, wie Gott denkt, wenn ich genauso liebe, wie Gott liebt, was unterscheidet mich dann eigentlich noch von Gott? Aber will ich schon das, was Gott will? Ich frage, was will Gott? Dann sagen wir, das, was jetzt da ist, und das wäre es ja nicht. Jetzt schau mal, das Ich, das du zu sein glaubst, ob das das auch schon so sieht, ob das schon zu lieben und zu denken und zu sehen kann. Und dann merkst du, das musst du heil machen. Und nicht, indem du jetzt ein einseitiges Ziel anstebst, sondern es geht, dass das, was du siehst, ja auch dieses Plus und Minus in der Polarität, wenn du was nur negativ siehst. Wie oft habe ich euch gesagt, alles, was ist, ist eine Welle. Und die Welle, wie eine Welle, Karten ist ein Kegel, mein Beispiel mit 3 und 3. Und alles, was sich widerspricht, ist auf der Höhen Ebene 1. Und jetzt kommen wir hier in die klassische Logik, die aristotische Logik, der Ausspruch vom Widerspruch und der verborgene Dritte. Das ist auch das Stimmen, die Frage, wie lege ich es aus? So wie ich jetzt das mache, dass ich Gesetze, darum habe ich das auch mehrere Male wiederholt, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass du von mir nie hören wirst, dass in irgendeinem Buch, dass du dir ausdenkst, was Verkehrtes drinsteht. Aber wir haben natürlich jetzt tausend von Büchern, die sich total widersprechen in Bezug auf die Bibel. Hast du das mitgekriegt, dass Heiko in seiner Homepage, duwischtich.de, dabei ist, die ganzen Updates, alle reinzuladen? Du, ich habe, ich schaue, das ist nur spontanischer an mittlerweile als Udo. Das lässt man fließen, das lässt man fließen. Weißt du, ich habe mit Michael, sprechen wir beim Laufen über viele Sachen. Wenn du jetzt ältere Updates nimmst, das sind ja viel sinnreich, aber die habe ich ja sehr verknüpft. Ich sage, das sind ganz zeitliche Erscheinungen mit YouTube-Videos. Und umso älter du gehst, wirst du merken, wie viele Videos das fällen. Da haben wir ja schon jetzt mit der Ariane und mit der Christa dieses, mit den Texten zumindest, rausgeschrieben. Aber das umso älter, die werden fällen, Videos, weil die gelöscht sind. Man hätte jetzt Folgendes machen können, dass du jedes Mal, wenn die kommen, das Video rauslädst, was da, glaube ich, der Sigmund gemacht hat bei Filmen, dass er sich das Video rauslädt. Also gezielt rauskopiert. Und wenn du das Video hast, kannst du dasselbe Video, musst du neu reinstellen, normal, wenn du ein YouTube-Konto hast, kannst du das Video natürlich auf deiner Seite verlinken. Das nützt dir nichts, weil sobald der Hauptlink weg ist, hast du nur eine Weiterleitung, ist es trotzdem weg. Wenn du das aber rauslädst und du lädst es als neues Video bei YouTube, kriegst du eine neue Videoadresse. Und dann wären die ganzen Videos bei den Updates dabei. Aber das ist alles raumseitlicher Kickhack, weil ich euch doch die ganze Zeit erzähle, lass es was weg sein, soll es ja weg sein, lass es loslassen. Und was jetzt wichtig ist, wenn ich das studiert habe, habe ich es ja gesehen. Und mir schon wieder zu denken, mir nochmal, wen du dir ausdenkst, der Gedanke als Ding an sich wird von dir nie was lernen. Was du, Geist, zu lernen hast, ist ein Gedanke, den du denkst, niemals was lernen kann, was die Ewigkeit anbelangt, weil der ja immer bloß ist, wenn du ihn denkst. Die Ewigkeit kann nur der verstehen, der selber ewig ist, und das bist du. Und du, Geist, bist nichts Ausgedachtes. Und was die Menschlichkeit, die einfachen Grundsätze, das, was du nicht willst, das man dir antut, dass du auch keinen anderen nimmst. Das ist universell, was ich in keinster Weise grausam bin, wenn mir hungrende Nücherkind am Arsch herbeigeht. Was meinst du, wie gut es dir nicht geht, ich meine Welt, denke ich dir nicht. Da gibt es überhaupt keine. Und ich habe schon gesagt, wenn jetzt einer gezitternd auftauchen sollte, das ist ja so eine Selbstverständlichkeit, wenn jetzt nicht nach Geld, was du siehst, sondern dass wirklich einer kommt und sagt, hier, du, ich habe einen Hunger, egal wie, dass er Hunger hat und will was zum Essen. Da bist du bei was, wenn du den Weg schickst. Oder im Winter, wenn ich immer wieder sage, wenn es minus 20 Grad hat und der Bettler klingelt bei dir und sagt, darf ich in der Garage schlafen, du musst immer ab von Demut sein, dann lasse ich im fremden Zimmer schlafen. Aber das passiert auch nicht, ich komme immer an Geld. Weißt du, die eigentliche, mein altes Beispiel mit Mitleid, ganz, ganz entscheidend, dass du merkst, es setzt dich unter Druck, da ist wieder die alte Programmstruktur und das ist alte, ganz vor Weihnachten, diese riesen Spendenaktionen. Nicht ein einziger, garantiere ich euch, mach eine goldene Ausnahme, die Stecknadel im Heuhaufen. Nicht ein einziger, mach das, weil er helfen will. Unzufriedenheit ist Energie. Und das Einzige ist, du wirst mit deinem Bild konfrontiert und der Mechani muss, fühlt sich scheiße, aufgrund des Programms, mitleiden. Keiner will mitleiden. Das ist immer das Erste. Und was machst du? Du gibst was. Aber du gibst nur, weil du dich dann gut fühlen willst, nicht weil du denen helfen willst. Mein Beispiel mit dem Armonia und so, der einen Hunger hat. Weil wenn du keinen Mitleidner hast, gibst du denn nichts. Wenn der genauso Hunger hat. Aber du gibst, weil du keinen Sinn nicht drin siehst. Erst wenn es dir schlecht geht, kaufst du dir ein bisschen mehr wieder Heiligkeit, wenn du meinst, ich gebe was ab davon. Und so funktioniert die ganze Spendensache. Du warst mit dem Bettler, mit dem Armonia und so. Kannst dich erinnern? Das ist genau das, wenn einer sitzt und der macht dir den Eindruck, der hat mehr wie ich. Das nützt nichts, wenn der da ist und hat denselben Hunger, wie einer der in Asche gekleidet ist und er hat keine Kohle. Da hast du nicht das Bedürfnis, dem was zu geben. Vielleicht Neide. Schau dir, was der für ein Anzug hat und ein Rolex. Und dann sitzt er hier. Das ist, und dann ist nichts. Da ist nichts. Obwohl der ja nur um ein Stück Brot bettelt, weil er nichts essen kann. Der kann den Anzug und die Rolex nicht essen. Aber ich will damit nur rausheben, dass alles das, was mit Schwenden ist, alles, was funktioniert, funktioniert auf der Mitleidschiene. Und das ist der Test im Führerscheinprüfungsbogen. Das ist immer, es kommt aus der Eins. Und ich habe auch hier mit Google, jetzt müsste ich wiederholen noch mal, weil der Janitz mit da ist neu, dass er das Google hat. Kann man so und so sehen. Es ist so eine geniale Firma, es ist eine Aktiengesellschaft. Und ich sage immer wieder, beschäftigt euch mit Google. Es gibt keine Firma, wo mehr Innovation und Technik. Und jeder Programmierer gier danach, bei Google arbeiten zu dürfen. Wir haben mit weitem Abstand die besten Arbeitsbedingungen. Es ist eine große Familie. Sozial alles. Kann keine Firma überhaupt hinschmecken auf den ganzen Weltmarkt. Du als Anwender. Alles, was dir Google bietet, ist nur absolut umsonst, unendlich viel sinnvolle Sachen. Die wollen ein Weltgehirn schaffen, wo alle Bücher der Welt du an deinen Computer einschalten kannst. Haben sie ja angefangen. Alles auf eigene Kosten. Die waren bei Universitäten, wo es einen riesen Film auf Arte. Aber natürlich negativ. Die haben Google als Buhmänner hingestellt. Wegen Urheberschutz. Und das ist also das große Problem. Die alten Bibliotheken sind ja jetzt schon viele drinnen. Das ist ein Millionenprojekt, wo die sagen, wir machen das. Jetzt ist, weil die wollen, ist ja Aktiengesellschaft. Gut, die müssen das finanzieren. Aber so wie die das finanzieren, mit dem Klaus habe ich da genauer gesprochen, das kriegst du, zeig mir auf Google selber, wie viel Werbung ist. Jetzt kannst du sagen, die Manipulation. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, mir geht es um die Bücher. Jetzt kommen die Autoren, die sich unheimlich aufführen, weil viele Bücher, die noch Urheberschutz haben, die sind bei Google Books. Was jetzt wichtig ist, dass du die nicht runterladen kannst. Du kannst bei Google Books nur die Bücher runterladen, wo kein Urheberschutz drauf ist. Und die Bücher von Autoren, wo sie eingescannt haben, wo Urheberschutz drauf ist, kannst du nicht die Bücher, die kannst du nicht einmal lesen, sondern die haben innerhalb der Bücher, da die gescannt sind, wenn du irgendeinen Begriff suchst, kannst du über Google Books diesen Suchtbegriff von dir auch in diesen Büchern nachschlagen, aber bloß immer die Seite, wo der Begriff vorkommt, plus minus ein, eineinhalb Seiten im Kontext. Aber nicht das Buch rausladen. Das heißt, auf jeder dieser Seiten, wo so ein Buch benutzt wird, von Google ist ganz groß, Amazon ist Werbung, wo du dieses Buch kaufen kannst. Das heißt, die machen kostenlos Werbung für dein Buch. So absolut Urheberschutz und Ausbeuten, ganz, ganz groß und Google und Feindbild, dass die ja sogar Werbung machen für dich. Das ist so krank. Und das ist immer mit dem Urheberschutz. Und wir haben wieder, der Kugelschreiber schreibt, letztendlich, wenn du das ernst, wenn du Urheberschutz magst, dann gehört alles dem, von dem es kommt. Also, wenn der Kugelschreiber hier Geld verlangen würde für das, was er geschrieben hat, nein, dann kommt der Güte. Habe ich gerade erklärt auch einen, lese mal Goethe-Geschichtsbücher. Goethe war absolut stinkfaul, was das Schreiben anbelangt. Der hat schon in ganz jungen Jahren einen Sekretär angestellt und du kannst in jeder Goethe-Biografie nachreden, dass 80% aller Goethe-Werke hat er nur diktiert. Geschrieben wurden die von seinem Sekretär. Das heißt, wenn wir es jetzt genau nehmen, dann müsste ja, wer hat es geschrieben? Goethe. Dann muss ja Goethe, sein Sekretär, die ganzen, den Lob einem heimsen. Na nee, der Geist war ja der Goethe. Jetzt machen wir wieder. Kugelschreiber schreibt die Hand. Wieso macht es die Hand, weil ein Mensch dran ist? Wieso macht der Mensch das, weil es ihm einfällt? Eigentlich ist der Mensch, dem das einfällt, der Sekretär von dem, der den benutzt, dem er das einfallen lässt? Ja. In der Beziehung? Ja. Du bist dabei? Ja. Also verdient hat es der, der wirklich die Quelle ist. Ja, aber das... Also bitte, dann sind das meine dann jene. Aber ich schenke es euch doch. Ich will doch gar nichts dafür. Was ich natürlich widerlich finde, wenn ich einem was schenke und er macht die Riesenkohle damit und fühlt sich auf, als wenn das seins wäre. Ja. Ich habe euch in Gesprächen mit Gott, in einem Band, wo in einem der Gespräche mit Gott Bände geht es ganz am Anfang. Hier, warum hast du Millionen mit den Büchern verdient? Ja, wollte ich doch gar nicht. Die haben es mir doch angeboten vom Verlag. Du hättest es ja ablehnen können. Sag Gott zu Donald Risch. Und das ist so Sachen der Lisbe, das sind so entscheidende Stellen, dass ich sage, mache ich aus was, was man mir schenkt, wenn es ich umsonst kriege, gebe ich das weiter. Ja, aber ich muss ja vor irgendwas leben. Und das ist jetzt das, was ich euch als Udo vor. Das ist nie mein Bestreben gewesen. Das ist es geben. Und dann kommt automatisch, da bin ich auch einmal darauf eingegangen, dass viele dann den Udo auch was geben wollen. Aber nicht, weil ich sage, ihr steht in meiner Schuld, sondern weil die zu schätzen wissen, was sie gekriegt haben, wie wertvoll das ist. Und die wollen den Udo auch ein bisschen was kommen lassen, zu kommen lassen. Wobei ich immer wieder, das ist bei allen, da wird es der Jürgen, egal was ist. Ich sage, kann er dir was mitbringen? Ich sage, Jürgen, ich habe alles. Ich sage immer wieder, ich bin mir nicht fein genug, wenn wirklich was mangelt, dass ich anplopfe, wenn es mir was angeboten hast. Aber solange mein Kühlschrank immer gefüllt ist, hat alles andere Liche hierher kommen wird. Und was jetzt so, wenn materielle Sachen, wenn ich jetzt mal einen Computer sage von der Inge, wobei da zig andere auch ankaufen wollten, da sagt die Inge jetzt ganz klar, das ist für sie, ich war immer Geschäftsführer, das war die beste Investition, wo ich jemals gekriegt habe. Weil seitdem bringe ich die ab. Das ist auch immer wieder so selbstlos. So selbstlos merkst du das, dass ich das hochschauen kann, wenn man das mit Geist sieht. Und da ist es immer wieder, wenn man schaut, das ist so, schaut jetzt in dem Programm durch deine Brille in dich selber rein, und das jetzt nicht kritisieren, sondern Selbstbewusstsein. Ich kann euch sagen, jetzt reden wir von Mensch zu Mensch, so wie man normal denkt, dass ich jetzt so ganz, wenn ich den Ura immer wieder analysiere, ich kann nämlich reinschauen, wenn einer sagt, wünsch dir was, ich wüsste wirklich überhaupt, ich bin absolut wunschlos glücklich als der Brüssel-Ura. Ich wüsste nicht im geringsten irgendwas, was ich haben müsste, was man für Geld kaufen könnte, und ihr wisst, wenn ich immer sage, wenn ich jetzt die Macht eines Gottes hände, denk mal, materialisieren. Es ist alles perfekt. Wenn ich alles verändern könnte, ich wüsste nicht, was ich verändern soll. Es ist einfach so perfekt, aber das kann erst einer sagen, der wirklich die Perfektion sieht, wenn du geheilt bist. Wo jegliche Form von Nutz niesen und Wollen weg ist, sondern dass ich immer dieses Ich bin Du, dass ich, ihr habt Schulden bei mir, jeder Einzelne, wenn ich jetzt das als Funken betrachte. Und die Schulden ist, ich will, dass ihr euch freut, dass ihr euch am Dasein freut, dass die Angst weg ist, dass ihr das Abenteuerleben lebt ohne Angst. Das ist, wie ich gesagt habe, der Film, die Geschichte. Das Bessermachen, jedes einseitige Ziel, das du anstrebst, ist nicht Heilung. Es bleibt einseitig, egal wie du die einseitigen Volatitäten in gut und schlecht definierst. Und wenn du deinen Traum als Film siehst, ja, und da warst du gerade nicht da, wie mache ich einen Film besser? Mache ich einen Liebesfilm besser, wenn ich die Missverständnisse am Anfang raus mache? Mache ich einen Grimmie und einen Actionfilm besser, wenn ich den nur so schreibe, dass keine Mörder und keine Dinge, wird dann der Film besser, der Grimmie, der Liebesfilm, egal was, wenn ich das Böse raus mache aus dem Film, so verbessere ich den Traum nicht im Gegenteil, noch reinhauen, noch meinen reinhauen. Boah, noch spannender, weil so mache ich den Film besser. Merkst du, wie jetzt wieder die Moral umkippt? Das ist das Verständnis, dann wirst du Geist. Wir machen den Hund jetzt noch geiler. Hat der Jangen mitgekriegt? Der ist so schön. extra vielen Jahren. Die Ariane und die Dieder kennen den auch nicht, oder? Was? Also ich bin ja Spazierger, gehe so viel spazieren und da ist bei uns Oma Aussiedlerhofen und da habe ich, das ist ein großer Bauernhof, Aussiedlerhof, und da sehe ich einen total geilen Hund, habe ich gesagt, und dann ist hier so außen, so ein Endenstall und dann geht er rein und gnattert die komplett alle Enden durch. Ich schaue mal, was ist das für ein Wasser, denke ich mir, er raus aus dem Endenstall und geht rein in den Hühnerstall, was ist das? Entschuldigung, geht rein in den Schweinestall. Großer Schweinestall, da ist ein ganz großer Aussiedlerhof und dann schaue ich so und dann springt er auf jede Sau drauf und gnattert jede Sau durch den er in die Zunge raus. Jetzt pass auf, jetzt kommt er, jetzt fängt er, ich merke schon, da ist er schon bei dem Schweinestall, er dörkelt, er dörkelt aus dem Schweinestall raus, er dörkelt schon und geht rein in den großen Kuhstall und macht wirklich eine Kuh nach der anderen durch. Aber ich bin jetzt natürlich neugierig und ich denke oben, wie rübergedörkelt sind am Himmel schon die Geier gekreist, wo du merkst, recht lang, mach das nicht mehr. Also er kommt raus aus dem Kuhstall und jetzt merkst du, jetzt du das nicht mehr lang und drüben ist ein Pferdekoppel, aber das hat er nicht mehr geschafft. Er ist dann in der Mitte zwischen dem Kuhstall und der Pferdekoppel zusammengebrochen und jetzt gehe ich dann zu ihn hin und stüpf ihn so an und sage, jetzt hast du dich doch ein bisschen übernommen, kleiner und was, was er macht, schau, so, so macht er es. Hau ab, du Depp, du vermasselst mir die Dur mit die Geier. Das habe ich auch schon gehabt. Das habe ich auch schon gehabt, muss ich in Jahren noch sagen, pass auf, Gneibe, in einer Gneibe sind vier, da ist ein Russe, der trinkt Wodka, da ist ein Grieche, der trinkt Uso, ein Franzose, der trinkt Weißwein und ein Deutscher, der trinkt Bier. Danach gehen die raus aus der Gneibe. An was erkennst du, aus welchem Land, wo aus welchem Land die herkommen? Woran erkennt man das? Am Duft. An der vorne. So auch immer noch. Genau, die Feuer. Die Bahne ist doch. Sippt noch einen drauf. Ja, so ist es. Der Geier-Witz, gell? Der Geier-Tauke. Wenn du den Geier in den L mit reinfügst, denn das ist geiler. Geiler. Das ist übrigens eine hochinteressante Dior, wenn du euch mit Geiern auseinandersetzt, jetzt mal rein wieder, gibt es, wenn man sucht, einen ganz tollen Naturfilm, und ganz speziell nur über Geier, wie Geier funktionieren, was man meint mit Unzauber und die Stinken, und da kippt deine ganze Einstellung, wenn du dich mit dem Tier wirklich auseinandersetzt, was da eigentlich abläuft, was Geier bedeutet. Haben wir im Hebräischen den Adler und den Geier, haben wir die zwei Namen, den Nescher. Naja, wie auch immer. Die Ägypter haben doch auch den Geier irgendwie so auf... Den Hobus-Falten. Das ist ein Falker. Nein, den Falken nicht. Das ist so großartig. Aber auch die Geier haben die auch. Es gibt dann Geier auch. Naja, die richen auch. Geier. Der Geist des Lichts. Die stört sich auch auf, Dreckler. Wenn ich gleich kurz stört sie sich auch auf, Dreckler. Das ist immer interessant, wenn du da gesucht hast, da sind wir ja immer blauen Himmel. Wenn du den Mond so wie jetzt bei doch blauen Himmel hast und du schaust dir, wenn jetzt ein wenig voller wird, die Situation, wisst ihr mal, es gibt ja Situationen so wie jetzt, wenn jetzt ein bisschen Wolken wären. Und wenn der ein bisschen voller ist, das sieht man jetzt auch, dass hier der ja weiß ist und dass die Flecken dazwischen haben genau das Blau vom Himmel. Und wenn jetzt da Wolken rum sind, wirst du feststellen, da gibt es Situationen, dass die Wolken, wo das Blau durchscheint und der Mond null Unterschied sind. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir mal hier in dieser Situation, wir haben ja weißes Licht, das zu dem Mond kommt und wir wissen ja, der Mond ist ja dunkelbraunes Gestein, wieso ist er weiß? Der müsste ja, wenn dann überhaupt, nach dem normalen System, müsste er ja, müsste man jetzt eine braune Kugel da oben sehen. Was dann das nächste noch ist mit der Spiegelung, wo sie sagen, was durchaus sein kann, wenn du jetzt schwarz nimmst, zum Beispiel ein Auto, ein schwarzes Auto, eine Motorhaube, dass die Motorhaube durchaus, wenn ich die mache, dass ich dich blenden kann mit der Sonne, dass das wie ein Spiegel wirkt, obwohl sie schwarz ist. Was schon nicht mehr wirkt, wenn die Oberfläche rau ist. Und wenn ich die jetzt noch biege halbrund, dann ist überhaupt nichts mehr drin, dass ich dir was rüberspiegelt. Aber das da oben ist doch eine runde, dunkle, steinig, braune, extrem rauhe Oberfläche. Wieso sieht die weiß aus? Ich würde es dir sagen, weil deine Logik das so macht, weil der Mond eben weiß ist. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Nichts ist leichter zu zertrümmern wie die Materielle Logik, wenn du geistreich schaust. Die ist so massiv voller Fehler. Und dann doch wieder nicht in Bezug auf die Formel. Es ist nur ein Akt der Auslegung. Schreibt zur Biene zum Beispiel gesagt, Rot, Cola-Dose. Jeder sagt, das ist Rot. Wenn wir jetzt verschiedene Masken haben, denke an mein Beispiel mit den Linsen, weißes Blatt Papier, jeder sagt, das ist weiß, obwohl es durchaus sein kann, dass da einer das Blaue in sich empfindet. Er hat halt gelernt, das weiß zu nennen. Wo ist die problematische Version? Das ist, wenn ich jetzt so, pass auf, kann man darüber diskutieren. Zwei und zwei ist vier. Alles ein Akt der Perspektive. Machen wir ein Auge zu. Zwei und zwei ist vier. Alles ein Akt der Perspektive. Das Selbstatzerwertungen hier umkippen. Und das ist, wenn du dich drehst. Das musst du mit allem, was du gut siehst, wenn du dich drehst, was du schlecht sehen kannst, dann kannst du es anders sehen. Und das ist der bewegliche Geist. Aber jetzt ist das der Geist selber. Das ist die Gasse. Und jetzt habe ich jetzt, denken wir uns um die Peripherierung. Das ist immer alles in L. Du wirst Augen zumachen, Augen zumachen. Die Nase ist jetzt vor dir, das ist über dir. Das heißt, zehn ist immer, die Information ist immer in L. Das, was ich im Selbstgespräch mache, die Wirklichkeit, alles ist in L. Und was Wahrheiten sind, ist schon außerhalb, denkst du dir in Wahrnehmung, ist immer außerhalb, wobei das natürlich letztendlich in Wirklichkeit auch in L ist. Und jetzt kannst du um dich rum, wenn du die Augen zu hast, zoomst du dich auf und du denkst dir deine Schädeldecke und dann machst du um. Dieses Ding ist in L. Und jetzt kann ich weiter, wenn ich drin sitze, denke ich mir die Zimmerwände, jetzt mache ich mich noch weiter. Obwohl das in L ist. Alles ist in L. So wie alle Wellen. Das ist auch immer die Sonne. Das Grundwellen, wenn wir mal ins Detail gehen, ist immer vom Einheitskreis der Sinus, der existiert ja in Wirklichkeit nicht, weil ja, wenn wir einen Impuls haben, das ist das Erste, wenn wir es nur mal flächig sehen, dass ich jetzt einen Impuls mache, der ja nicht so ist, sondern der teilt sich jetzt erst einmal und schwingt sich dann nach außen weg. Das ist das Rot entspringt, wo ich in dem letzten Update habe, diese Wellengleichung, wo immer das Rot in der Mitte pullezieht und dann dunkelblau, Violett, dunkelblau, Violett. Jetzt könnte ich mir, hat der das gewusst, der das gemacht hat? Nein, er hat es nicht gewusst. Ich weiß es und ich lasse dir einen ausdenken. Was du dir denkst, kann ich nichts wissen. Das wird das wissen, was du dir denkst. Aber weißt du schon, warum du dir das denkst? Und wer dir das denken lässt? Du musst in der Haar, nein, ein weißes Blatt Papier, wo ein Haar drauf ist. Was siehst du? Weißes Blatt Papier mit einem Haar, nein, ein Tisch, wo ein weißes Blatt Papier drauf liegt. Du musst in die andere Richtung denken. Das ist die mystische, ich bin du wieder die ersten 50 Seiten. Mystische Sichtweise und wissenschaftliche Sichtweise. Rein zoomen, verlierst du das Ganze aus den Augen, aufmachen, verlierst du die Details. Weil die in der Chat reinfallen. Sieben und Acht ist immer die Sieben, kann man Rot machen und Blau machen. Die Sieben ist eigentlich Rot gesehener Chat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da ist einmal der Sieb, ich siebe etwas raus, dann nenne ich eine Selektion, aber sobald ich etwas selektiere, habe ich schon einen Chat. Bücherregal ist ein Chat, ich siebe ein Buch raus und sobald ich nur das Buch anschaue, das ist gesiebt, das ist nur die Momente des Reinlangens, könnte ich sagen, und das Buch ist dann schon wieder das, was ich gesiebt habe, darum ist sieben, ist die neue Acht. Das ist wieder eine Eins, aber mit einem Inhalt, den wir einfach als Einheit sehen, wird er, Gott. Selbst die Kanne auf dem Tisch. Ich habe jetzt viele Bilder, Kanne auf dem Tisch, die habe ich jetzt rausgesiebt und sofort habe ich wieder eine Sichtweise. Weil die ganze Kanne sehe ich nicht. Und dann haben wir, wenn wir runtergehen, sieben, ist acht, ist die neue Eins und jetzt tun wir die erste Oktaube mit der zweiten vergleichen. Acht ist eins, weiblich. Interessant, A, Jet D, weibliche acht, weibliche eins, zwei, das zweite ist die Frau, das erste ist der Mann, ab, aufblühen, eins war zwei. Ist es interessant, Jet D ist ja in Schrecken versetzen, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist das, der Dreiedereck. Was passiert da? Auf der ersten Ebene, die eins, die zur zwei wird, war die acht zu neun, nämlich zu neun Existenzen, das sind die Spiegelungen. Auf der ersten Oktaube waren die zwei in der Synthese, drei, Geist, und die Spiegelungen waren dann drittes, auf der zweiten Oktaube ist zehn, ist der kleine Gott. Jetzt kommen wir mal runter, die sieben, das was ich herausziebe, das ist eine Existenz, siebte Ton in der zweiten Oktaube und so wie die sieben, sofort eine acht, das wird jede Existenz, jede 50 zu einer raumzeitlichen Erscheinung. Ihr werdet merken, es ist ein System, es wächst, aber nur die Komplexität. Und die Grundsymbolik muss man verstehen. Ich mach die acht, ich sieb mich. Ich muss die Platte und hab in den Doppel, die Sprazen. Und ich geh. Wie sind wir in den Doppel? Wie sind wir in der Zeit? Ich geh. Wie sind wir in der Zeit? Du, du musst noch bleiben. Ich geh auf meine Maus, ich muss mehr auf meine Maus hören. Ich sag, ich geh auf meine Maus. Mach ja alles, was du dach, ne? Sowieso. Ja. Hast du vielleicht mehr? Ich hab doch keine Ruhe. Ciao, jetzt muss ich wieder machen. Was, was ist das in der Zeit? Wie viel? Ich hab das in der Zeit. Ich hab mir immer gesagt, das sind meine Nerven. Das ist der Udo in den Händen seiner Frau. Ja, ich komm. Ja, ich komm. Was trinken wir jetzt? Das ist der Weinchen. Wir können doch den Wein, die Sabine hat so leckeren Wein. Ein Weinchen, zog ich ja. Aber dann müsste der Kühl. Ist doch Rotwein, oder? Ja, ein Teil ist Rotwein und ein Teil ist weißwein. Wir müssen mal den Roten. Aber den Roten. Den Roten, du könntest auch. Den Weißen kann man auch trinken. Aber der muss kühl sein. Der muss nicht kühl sein. Der weißwein. Der weißwein. Der weißwein. Der weißwein. Der weißwein haben wir doch geil im Kühlfrank, aber. Die Kühlschrank. Der Keller kann ja auch nicht kühl sein. Ja, klar. So wie den Roten, den man auch kühlt sich kann. Der Frau Zoll, du könntest den Kimeur oder einen Kühlschrank. Der Roten hat keine Ahnung. Kieger. Ja, das machen wir. Das ist gut. Das habe ich jetzt gewusst. Ich habe jetzt Gedanken gelesen. Das sage ich doch anders. Und wir spielen noch immer. Jetzt drehen wir jetzt erst so einen Schluck mal einen Kicker. Sieh es, weißt du, wenn sie ganz heiß ist, die hängt zur Zeit an der Droge. Hast du schon zu? Und ich habe immer wieder gesagt, Respekt. Nein, du kennst das, ne? Aber das ist immer wieder, wo ich sage. Nur das macht. Ich muss jetzt wieder, wenn ich jetzt einer zu Udo wieder rede, wo ich sage, du weißt, ich animiere das immer mehr. Nein, 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 nein. Alle Dinge, die ich mache, ich habe mir 20, 70 geschehen. Alles, was ich probiere, ist es so lange. Ich fange das auch nicht. Schau mal, es auch nicht funktioniert. Und sobald ich das Prinzip habe, ich habe überhaupt kein Ego, dass ich da was auf, sondern dann ist es für mich nur jetzt zum Beispiel Häuschen hinziehen, Verknüpfungen zu machen. Das Denken habe ich keinen Spaß, weil ich eigentlich die Logik kenne. Das ist wie Schach spielst du als Kind. Ich habe nie Schach, wenn die Schach gespielt haben, weil mich das die Tote gelangweilt hat. Weil das ist ein stupides, geistloses Hochrechnen, also dich zu einer Rechenmaschine degradieren und was es natürlich ist, ist das Ego dann, ich will gewinnen, ich will besser sein, ich will dieses und jenes schaffen. Das ist beim Autorennen oder so nicht anders. Du perfektionierst dann Mechanismus. Du perfektionierst dann, ja immer, das ist immer, musst du, das Prinzip aber, wo ich sage, wirklich geistreich gesehen ist immer, ist der Beobachter und schaut einmal diese unendliche Metapher nur beim Autorennen. Da kennst du viele nicht, was ich Leuten erkläre, in Verbindung mit dem Autorennen, was du da alles erklären kannst, wenn du die Metapher von diesen Funktionen ziehst, wo die Grenzen sind und was KI sind und dass man Lebendigkeit, wo ich immer sage, brauchst du bei der KI, brauchst du ein Zufallsgenerator, sonst ist die nicht lebendig, auch wenn sie perfekt arbeitet. Pass mal auf, du hast immer Reaktionssysteme. Das ist in Physik, das geht beim Billard los. Du hast reine Form, ein Form-L-Werk und das arbeitet mit Massepunkten. Machen wir mal den Billardtisch und jetzt pass auf, wir machen mal einen Programmierer ohne in die Programmiersprache zu gehen und dann gibt es physikalische Gesetze. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Billardkugel haben und wir schießen da eine hin und ich treffe die Billardkugel, dann habe ich mal verlustfrei ohne Reibung, das wird dann viel, wir bleiben mal ganz in der idealisierten Physik. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Kilokugel habe und eine Kilokugel und ich stoße, die sind genau, ihr kennt ja diese Klack, 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 Klack. Wobei übrigens, in dem Prinzip hast du eigentlich schon die Lichtgeschwindigkeit drin. Weil wenn ich jetzt Stahlkugeln habe, du hast gern drei Stück und wir lassen eine hinfallen, zack, 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 zack. Das kommt dann, weil es nicht ideal ist, aber im Idealfall ist es ja so, dass die Kugel hinkommt, zack, und dann fliegt die im selben Moment weg. Jetzt gibt es in der Physik den Tunnel-Effekt. Wo die dann sagen, das gibt Überlichtgeschwindigkeit und so. Das sind alle Schwätzer, wenn du das genauer anschaust, dann pass auf, machen wir mal das in den Ideal. Klack, 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 Klack. Jetzt pass auf, es ist jetzt was, ob da zwei, drei, vier, fünf Kugeln sind. Jetzt denken wir uns mal da 100.000 Kugeln. Wir denken uns da zehn Kilometer Kugeln. Da passiert folgendes. Klack, 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 Klack. Wie lange braucht der Impuls von hier nach hier? Da gibt es keine Zeit mehr. Verstehst du, was ich meine? Klack, 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 Klack. Ob das zwei sind, Klack, Klack, im idealisierten Fall, kann ich das 100.000 Kilometer machen, Klack, 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 Klack. Das ist der Tunnel, wo man sagt, Tunnel, dann geht es mit Überlichtgeschwindigkeit. Blödsinn. Das ist jetzt. Es gibt keine Überlichtgeschwindigkeit, weil mit Lichtgeschwindigkeit, Lorenz-Transformation ist ja Wurzel eins minus V-Quadrat durch C-Quadrat. Das ist die Lorenz-Faktor, die man immer als einsetzt. Das ist auch hier dann normal. Da geht es schon los. Der wird ja vernachlässigt, der Lorenz-Faktor, bei normalen Geschwindigkeiten. V-Quadrat durch C-Quadrat, alles was wir an normalen Geschwindigkeiten haben, selbst jetzt meine Dinge, wenn wir sagen, wir nehmen mal ein Flugzeug mit 1.000 Kilometer in der Stunde, wäre dann V-Quadrat, 1.000 Kilometer in der Stunde durch 300.000 Kilometer in der Sekunde, wäre, wir sagen einfach mal hier, 1.000 durch 30 Millionen ist 0,000000000, okay? Das heißt, es ist praktisch V-Quadrat durch C-Quadrat ist immer praktisch 0 und dann hast du den Lorenz-Faktor Wurzel eins minus 0. Und darum setzt man immer den Wert 1, wobei hier der große Wert ist, dass Wurzel eins ist plus 1 minus 1, ist eigentlich nichts. Aber jetzt gehen wir mal, jetzt betrachten wir das bei Lichtgeschwindigkeit. Also V-Quadrat ist gleich Lichtgeschwindigkeit, dann hast du diesen Lorenz-Faktor. Wurzel eins minus V-Quadrat durch C-Quadrat wäre 300.000 durch 300.000, ist 1. Wurzel eins minus 1 ist 0, dann hast du Wurzel 0. Und jetzt ist es, das steht definitiv in jeder Gleichung. Und jetzt passiert die Länge mal 0, das ist nämlich bei der Länge, dass die schrumpft, ist die Länge mal den Lorenz-Faktor, der immer noch mal 1 gesetzt wird, dann ist die Länge halt die Länge, der Abstand. Und das heißt, die Länge ist definitiv, wenn man 0 macht, ist nichts. Bei der Zeit steht es Zeit T durch den Lorenz-Faktor und dann hast du es dann praktisch die Zeit durch 0. Dann wird die unendlich groß. Das ist eigentlich immer 0, es sind immer Teilungen durch 0. Sobald du in Lichtgeschwindigkeit denkst, löst sich alles im Nichts auf. Und Teilungen durch 0 sind nicht erlaubt. Aber wer teilt letztendlich? Was ist das, was in sich selbst etwas teilt? Das ist 0, die Wurzel ist 0. Das ist Gott. Das ist der Geist, den du nicht denken kannst. Und weil er sich teilt, wird aus dem Nichts etwas. Weil Unterschiede plötzlich entstehen. Ich will immer sagen, das Meer, das Meer jetzt als Symbol nehmen, kannst du noch mal nicht denken. Und jetzt aufpassen. Statt ein Meer kann man auch die Gnede machen. Die Gnede ist ein Gezünd von uns bewusst etwas Gedachtes, wo wir wissen, das kann man in keinster Weise wirklich vorstellen. Oder das Meer. Und das nimmt deine Form an. Du, Geist, bist das, was immer ist. Und deine Informationen in deinem Traum. Das ist diese reale Welt. Das ist das, was du siehst. Das ist etwas Nichtseiendes und etwas Seiendes. Das müssen wir so sehen. Und jetzt spiegeln wir das. Was meine ich damit? Das ist ganz trocken. Das ist definitiv hier dieses Nichtseiende, das wir uns gegnede, was wir uns denken. Aber ich mach's anders. Das Meer, das wir uns jetzt denken, das in Wirklichkeit nichts ist. Ist es Meer? Was sind jetzt die Wellen auf dem Meer? Definitiv sind wir nur Wasser. Das heißt, die Wellen ist zwar ein Unterschied, aber das, was ist, das Wasser, das Meerwasser, ist das Einzige, was existiert. Richtig, aber wenn ich jetzt weiß, dass dieses Meer nichts ist, was sind dann die Wellen? Also das, was du siehst, das ist, das musst du jetzt spiegeln. Was du als Sein siehst, ist eigentlich das Nichtsein. Und das ist genau diese Spiegelung, was nur am Anfang schwer ist, wenn du materialistisch denkst. Was ist die Materie in einem Traum, wenn du träumst, wenn du nicht weißt, dass du träumst? Es ist so real wie das. Gott sei Dank, ich hab das bloß träumt. Ein Zeichen, wenn ich träume, weiß ich nicht, dass ich träume als Geist. Solange ich nicht weiß, dass ich träume, ist es für mich vollkommen real. Wenn ich schweißgebadet hoch war, im Moment des Erwachens, Liliane, genau im Moment des Erwachens sage ich, oh Gott sei Dank, ich hab das bloß geträumt. Was heißt das, was fällt im Erwachen auf? Dass das, was du jetzt denkst, was du angeblich, was du jetzt denkst, was du vorher erlebt hast, dass das nur in deinem Kopf war, dass das gar nicht existiert hat. Das merkst du im Moment des Erwachens. Das Problem ist, in dem Moment, wo du da sitzt, bist du schon wieder eingeschlafen. Weil du schon wieder materielle Welt hast, das schon wieder vergessen, dass wenn du wach warst, schläfst du eigentlich wieder ein. Das ist das Umdrehen. Oder was darf ich der Credenz haben? Ist mir was, dann ein kleines Schluck. Wurscht. Das ist immer wieder, schau mir mal meine Hand in die Hand, das ist immer, wenn ich sag, das fühlt sich total echt an. Credenz. Das ist das Konstrukt. Das ist rein ein Konstrukt. Und jetzt macht das Phantomschmerz noch dein Gehirn. Gaukel dir vor, dass jetzt nur deine Hand mit meiner Hand sich geschüttelt hat. Du denkst dir das aus, aber es ist immer. Auch neurologisch, erst wenn es da oben drin ist, spürst du es. Du siehst es und es ist da. Da jetzt die Bilder, die du hast, physikalisch, ja nur Licht ist, das auf dich zufliegt. Und mein Raketenbeispiel, sehr vereinfacht. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit, es fliegt los und es ist da. Und jetzt schwitzt keine Rolle, ob es zehn Meter weg ist oder drei Millionen Kilometer weg ist, es fliegt los und es ist da. Ich sag definitiv, du schaust hin und es ist da. Und wenn du nicht mehr hin schaust, es ist wieder weg. Und das, was du dazwischen alles reinkonstruierst mit diesen physikalischen Formeln, erzeugt die Illusion von einer Entfernung. Das ist, du merkst, die Worte schon selber erklären, dir das viel genauer. Und Theorie und Praxis. Das ist der Unterschied, weil man dann irgendwann einmal wacht, nicht irgendwas zu verändern, sondern einfach einmal das, was in einem normalen Fluss ist, dass man aufhört, das versucht, am Leben zu halten. Das ist mein Zeugling, Jüngling, Jugendlicherbeispiel. Geistliches Wachstum ist wie ein Buch lesen. Ich komme nicht ans Ende, wenn ich die Zeit nicht umblätter. Wobei, was kommt, war schon, bevor ich es gelesen habe und was ich lese, ist immer noch da. Auf der höheren Ebene löst die Zeit sich in einem Chat auf. Und jetzt ist natürlich, dass das Buch oder der Film einfach,